Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des FIFA 16 Karrieremodus. Heute geht es mit Newcastle United weiter unter anderem in der Europa League gegen die TSG 1899 Hoffenheim und wir sind dementsprechend mal wieder angekommen bei einem sehr, sehr wichtigen Spiel in dieser Karriere. Mal sehen, wie wir das Ganze bestehen können, wenn es euch gefällt. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben, da würde ich mich drüber freuen. Ist die beste und großartigste Unterstützung, die wir auch zuteil werden lassen könnten und dementsprechend wäre dieser kleine Klick für euch wirklich mit einer großen Bedeutung für mich gesegnet. So, das Weitere gibt es natürlich auch ein Ligaspiel in dieser Episode. Auch da bin ich sehr gespannt drauf, wie das Ganze laufen wird, zumal wir halt eine englische Woche haben und unsere Spieler nicht hundertprozentig fit sein werden, aber auch mit B11. Es sollte normalerweise bei unserer Kaderqualität einiges drin sein. In der Liga sind wir untereinander immer noch Erster und stehen richtig gut da und das wollen wir natürlich auch in Zukunft weiter so halten. Wir werden mal ein paar Spieler scouten, unter anderem haben wir hier Lazar Markovic oder auch Riedewald. Riedewald, der mittlerweile bei Manchester City spielt, weil er spielt bei Chelsea mittlerweile hier in diesem Karrieremodus. Dementsprechend ein Ersatz für den Manni Amatic, den ich ja lange Zeit interessant fand, der war einfach zu teuer und zu gut ist für uns. Trotzdem an sich gibt es viele Transfers, die wir theoretisch irgendwann auch machen könnten. Mal sehen, was da noch passieren wird. Jetzt geht es erstmal rein in die Partie gegen Hoffenheim und das wird, wie gesagt, relativ interessant werden. Danach geht es übrigens gegen die Tottenham Hotspur. Also das wird auch alles andere als eine einseitige Partie, beziehungsweise eine einfache Partie. Denn wir wissen es alle, nicht nur in der Realität sind die Spurs richtig gut momentan dabei. Letztens, also gestern, erst wieder 2 zu 2 gegen der FC Arsenal gespielt. Nein, auch in der Realität sind die momentan gut dabei und dementsprechend müssen wir da alles geben, um gegen die zu gewinnen. Gut, ich würde sagen, wir gehen in die Partie gegen Hoffenheim. Ich wünsche euch viel Spaß und wir sehen uns nach dem Hauptspiel der EuroLeague gleich wieder. Die Rhein-Neckar-Arena, nächste Ort des Geschehens für Newcastle in der FIFA Europa League gegen die TSG 1899 Hoffenheim. Ja, es war mal wieder an der Zeit für eine spannende Partie. Momentan läuft es gut für beide Teams in dieser europäischen Spielklasse, die ja unter der Champions League angesiedelt ist, aber trotzdem einige interessante Teams beinhaltet. Unter anderem halt Hoffenheim und Newcastle United. Beide bisher mit 4 Punkten aus den ersten 2 Spielen, eine Tordifferenz von 3. Es scheint ganz gut zu laufen und heute sollte es natürlich auf beiden Seiten genauso gut weitergehen. Bei Newcastle weitestgehend die A-Elf auf dem Rasen. Normalerweise rotiert MGT ja in der EuroLeague, aber heute war es das Duell von Paul George & Tapp gegen Kevin Volland, die beiden besten Flügelspieler, die diese Vereine wohl zu bieten haben. Alex Oxley-Chamberlain ist auch kein schlechter, aber momentan ist George & Tapp ein bisschen besser. In Format auch bei Kevin Volland läuft es in der Bundesliga richtig gut. Wir gucken uns die Aufstellung der beiden Teams natürlich im Detail nochmal an und auch die lassen nichts zu wünschen übrig, denn es war alles dafür getan, dass das Spiel interessant werden sollte. Baumann, Strobel, Süle, Scheer und Kim Jin zu in der Defensive bei der TSG. Davor dann auf der Doppelsechse Rudi und Schwegler, dann Volland, Schmid und vorne drin Kevin Kurani und Adam Schorleu. Der Deutsche und der Ungar in der Kombination vorne drin. Bullig gegen die bullige Defensive von Newcastle United und die starteten wie gehabt eigentlich in diese Partie. Hier im Tor mit Benoit Kostil, davor Bellerin, Zuma Mbemba und Haidara, das heißt die beiden starken Innenverteidiger wieder am Start. John John Shelby zusammen mit Sissoko im Zentral-Mittelfeld, davor Giorgino, Wijnaldum und vorne drin die gewohnte Dreierreihe. Mitteltab mit Batshuayi und mit Alex Oxley-Chamberlain. Es sah so aus, als ob das eine sehr interessante Partie werden sollte. Natürlich überraschend, dass nicht der Pokaltorwart im Kasten stand. Nicht Benoit Kostil, sondern, äh nicht, ja, Rob Elliott, sondern Benoit Kostil. Hat einfach damit zu tun, dass sich der Franzose sehr gut präsentiert hat und gegen diesen starken Gegner im wichtigen Spiel spielen sollte, die erste Chance gab es für Kevin Kourani nach knapp, ja, neun gespielten Minuten, der Ball aber am Tor vorbei. Dann Eckball, ebenfalls in dieser Anfangsphase. Rudi bringt ihn rein und da ist wieder Kevin Kourani ans Außennetz. Er war sehr aktiv in der Anfangsphase, der ehemalige deutsche Nationalspieler mit der Rücknummer 22 versuchte vieles. Und dann gab es, ja, die große, ja, Schande für Newcastle United, eine Verletzung bei Paul George und Tep. Der musste ausgewechselt werden und dementsprechend das Ganze, naja, ein bisschen umgestellt. Matthew Lecky kam für ihn in die Partie und Newcastle wurde aktiver. Jetzt vor dem gegnerischen Kasten, 40 Minuten durch, die erste, ja, Abschlusssituation für Michi Batschua hier mit dem Kopf. Und dann Matthew Lecky, wir sind in der 43. Minute, gerade erst eingewechselt. Mit seinem Tempo setzt er sich durch der ehemalige Bundesligaspieler vom FC Ingolstadt, geht in den 16er rein und macht das 1 zu 0. Viel zu einfach für den Australier durch die Defensive der TSG zu gehen. Und dann ist es natürlich auch kein großes Problem, er diesen Ball im Kasten runterzubringen. Baumann Chancen los. Aber was war da los mit der Defensive von Hoffenheim? Viel zu passiv gegen den Australier. Keiner greift ihn an. Alle bleiben stehen, dann wird der Weg noch ein bisschen freigemacht von Scher und es steht 1 zu 0 für Newcastle United. Sehr, sehr stark gemacht vom eingewechselten Australier, vom linken Flügelspieler. Damit ging es dann auch in die Halbzeit. Er war bisher der Matchwinner. Die mitgereisten Fans, die Tsunami, die waren relativ zufrieden, denn trotz der Verletzung ihres Leistungsträgers stand es hier 1 zu 0. Dementsprechend saß nach einem guten Ergebnis auf. Wir springen in die zweite Halbzeit. Und da gab es dann einen weiteren Wechsel. Ja, es ging raus. Alex Oxlatch, nee, Giorgino Vainaldum und dafür kam rein Ayose Perez. Und der Spanier hatte direkt mal seine erste Aktion, denn es ging nach vorne über Oxlatch-Chamberlain. Der mit dem Ball in die Mitte, da ist Musa Sisoko. Aber der Schussversuch wird abgewehrt von Baumann. Wir haben gesehen, die Lücke gerissen von Ayose Perez. Und der war jetzt ein bisschen aktiver. Auch hier zieht er wieder ein paar Gegenspieler auf. Sieg Batschua, je mit der nächsten Abschlusschance. Die Latte rettet 52 Minuten durch. Hoffenheim schwamm jetzt ein bisschen. Newcastle wurde stärker. Und die McPies wollten das 2-0 erzielen. Wieder Matthew Leckie im gegnerischen 16er. Wieder der angedrehte Schuss. Aber diesmal abgewehrt von der Defensive. Jonjo Shelby dann. Nochmal mit dem Schussversuch mit links. Wieder abgewehrt. Es sah nicht gut aus für die TSG. Dann die 60. Minute. Volland mit der Ecke. Da ist Jonathan Schmid. Keiner kommt wirklich ran. Newcastle könnte kontra. Das Ganze aber abgewehrt. Permian Schwegler mit dem Schussversuch. Ben Wachos Ziel ist da. Es blieb beim 0-1. Aber Newcastle, naja, sie hatten ein bisschen Probleme. Versuchten jetzt mehr über Kontra zu kommen. Sissoko mit dem unnötigen Ballverlust gegen Kim Chin Su. Dann Jonathan Schmid, der Franzose. Wird nicht richtig angegriffen. Geht alleine durch. Der Ball auf Schwegler. 1-1. 72. Plötzlich der Ausgleichstreffer für die TSG. Und das, weil Newcastle unglaublich schwach verteidigte. Genauso wie beim Tor von Leckie. Viel zu passiv die Defensive. Der McPies. Kein Problem für Schmid, da überhaupt durchzugehen. Keiner greift ihn so wirklich an. Jonjo Shelby geht nicht mit seinem gemäckten Spieler mit. Und dann ist Schwegler vollkommen frei. Michael Steele sieht auch nicht so gut aus. Und es steht 1-1. Newcastle versucht aber direkt zurückzukommen über Yannick Westergaard. Mittlerweile eingewechselt. Ehemaliger Hoffenheimer. Musa Sissoko gerade mit dem Fehler. Jetzt mit der Flanke. Matthew Leckie ist da. 2-1. Plötzlich wieder die McPies-Inführung. Es sah so aus, als ob Hoffenheim das Heft in die Hand genommen hätte. Und die Führung übernehmen sollte in den nächsten Minuten. Aber dann der Konter. Und dann die Flanke von Sissoko. Und Leckie eingewechselt als Joker. Mit seinem zweiten Tor. Da zeigt er seine Qualität. Er ist nicht nur stark auf dem Boden. Sondern auch in der Luft ist ein bulliger Stürmer. Und das zeigt er eindrucksvoll mit dem 2-1. Allerdings kam Hoffenheim schon wieder zurück. Marc Uth mittlerweile eingewechselt. Rudi Uth nochmal. Und dann ein bisschen Pingpong im 16er. Jonathan Schmid mit dem Schuss abgefährt. Aber dann ja ganz, ganz schwach gemachter. Von der Defensive. Und Kostil klärt in allerhöchster Not. 80. Minute. Es sah aus, als ob Newcastle nochmal zurückfallen sollte. Als ob die TSG nochmal zurückkommen würde. Die Flanke in die Mitte. Scher kommt da nicht ran. Aber da ist Uth. Und es gibt den Abstoß. Es sah so aus, als ob die TSG. Alle Kräfte zusammen haben. 90. Minute nochmal in der Ecke. Es ist hochgegitter Klasse dazwischen. Aber die Ecken waren bisher sehr gefährlich. Von der TSG 1899 Hoffenheim. Wir gucken uns das Ganze an. Natürlich alle mit vorne dabei. Man wollte hier den Ausgleichstreffer. Gar keine Frage. Es wäre ein wichtiger Punkt in dieser Europa-League-Gruppenphase. Oliver Baumann, der Keeper, ebenfalls mit vorne dabei. Und der besorgt hier für ein bisschen Irritation. Kommt hier langsam in den 16er rein. Wartet, wartet und wartet. Kevin Volland mit der Ecke. Und alle achten auf den Torwart. Und keiner auf Jonathan Schmid. 2 zu 2. Der Ausgleichstreffer tatsächlich noch in der Nachspielzeit der Franzose. Mit einem Kopfballtor der ehemalige Freiburger. Das erwarte man von gerade ihm eigentlich nicht. Ist kein Kopfballspieler. Aber das war Wieler ganz, ganz schwach verteidigt. Keiner steigt im Luftduell mit ihm überhaupt hoch. Und alle konzentrieren sich auf die Mitte. Wo auch Baumann lauerte. Aber da kommt der Ball nicht hin. Volland schlägt ihn auf den zweiten Pfosten. Und da ist Schmid. Er setzt sich locker gegen Florentin Pogba durch und macht das 2 zu 2. Ganz, ganz bittere Abend für Newcastle. Zweimal geführt und mit zwei dummen Gegentoren bestraft worden. Und dementsprechend nur ein Unentschieden in der Fremde. Es sieht trotzdem sehr gut aus für die McPies. Momentan fünf Punkte auf dem Konto. Aber das Rückspiel im St. James' Park muss definitiv besser geführt werden. Denn das war heute keine Europa-League-taugliche Defensivleistung. Gegen starke Hoffenheimer, die Moral bewiesen zweimal zurückkamen. Und dementsprechend auch verdient hier den Punkt mitnehmen. 1 zu 1 trennt sich MGT, der deutsche Trainer. Und lustigerweise Steve McLaren, der mittlerweile das Amt bei Hoffenheim übernommen hat als Engländer. Mit 1 zu 1 im Duell ihrer beiden Mannschaften in der UEFA Europa League. Sie bleiben an der Spitze ihrer Gruppe. Ja, bitter für uns, dass ein Tap ausfällt mit einer Verletzung. Aber umso schöner für uns, dass der eingewechselte Lecky einen Doppelpack macht. Wiederum nicht so schön, dass wir dann, ja, verlieren. Also quasi verlieren. Also wir verlieren Spieler. Wir verlieren die drei Punkte und holen nur einen. Es ist nicht geil. Also, ich weiß nicht. Irgendwie ist das nicht so schön. Naja. Was soll's? Alles klar. Gut, wir gehen ins nächste Spiel gegen die Totten der Modsburg. Ich denke mal, dass wir da jetzt definitiv eine Reaktion zeigen müssen. Wir haben gerade dumme Punkte verloren. 200 Euro liegt nicht in der Liga. Aber die müssen wir jetzt in der Liga wiederholen, um die Fans auf unsere Seite zu ziehen. Ich meine, die sind mitgereist bis nach Hoffenheim. Das ist ein ganz schöner Weg darunter. Vor allem auch nicht so schön da. Und trotzdem haben sie uns unterstützt. Und dementsprechend müssen wir jetzt zeigen, dass wir für unsere Fans da sind. Und auch in Zeiten, wo wir mal dämliche Unentschieden spielen. Das war ja in der Euroleague schon zweimal der Fall. Das erste Spiel ging ja auch 0 zu 0 aus. Dass wir da einfach, ja, quasi eine Reaktion zeigen können. Tapp ist verletzt. Jorginho Wijnaldum ist ebenfalls verletzt. Er war angeschlagen. Musste zur Halbzeit raus. Dafür kam er Peres rein. Das ist nicht so schön momentan. Die verletzten Situationen ist alles andere als angenehm. Aber was willst du machen? Townsend auf der linken Seite bin ich ganz froh, dass wir den als Flügelspieler verpflichtet haben. Wir haben zwar auch noch Lecky, aber der ist ja jetzt ein bisschen kaputt noch von unter der Woche. Hat auch 232 Tore gemacht. Dementsprechend ist das in Ordnung. Westergaard kommt nicht rein. Pogba, der ganz, ganz schwach gespielt hat. Und in Bember bleiben, glaube ich, Innenverteidiger. Du, Rob L. kommt jetzt in der Liga in den Kasten, weil er gerade in der Euroleague nicht spielen durfte. Und machen wir noch irgendwas? Ich dachte, ehrlich gesagt, ich würde Pogba noch rauspacken. Weil der ja gerade sehr, sehr schlecht aus seiner 90. Kopfball gegen Schmid verliert. Was normalerweise niemals sein darf. Aber gut, Pocconioli kommt anscheinend noch rein, wenn ihr das richtig gesehen habt. Genau. Aber Zuma, äh, ja, anscheinend nicht. Gut, von mir aus. Dann gehen wir ins Spiel gegen die Spurs mit Pogba und mit dem Bember. Ich wünsche euch viel Spaß und wir sehen uns gleich wieder. Topspiel an der White Hart Lane. Newcastle United zu Gast bei den Spurs. Und natürlich war die White Hart Lane bereit für ein sehr interessantes Spiel. Newcastle unter der Woche mit einem bitteren 2-2 in Hoffenheim in der Europa League. Wir müssen eine Reaktion zeigen. Die mitgereizten Fans auch heute wieder zahlreich erschienen. Und waren natürlich darauf gepicht, dass ihre Mannschaft hier genau zeigte, was sie drauf hatte. Momentan Tabellenplatz 2. Aber mit einem Sieg will man wieder vorbeiziehen an Manchester United. Es trennen sie 6 Punkte von den Tottenham Hotspur auf Tabellenplatz Nummer 5. Es sieht nach einem absoluten Topspiel aus. Hier an der White Hart Lane. Und es war alles dafür gereitet. Denn das Stadion war ausverkauft. Und natürlich konnte der Tottenham mit A11 antreten. Spieler im Fokus bei der Tottenham. Ist Harry Kane momentan auf Tabellenplatz Nummer 1 in der Scorerliste der Barclays. Premier League 7 Saisontore bereits erzielt. Vom englischen Nationalstürmer, der englischen Sturmhoffnung. Und natürlich wollte er das auch heute gegen Newcastle United, gegen die Magpies fortsetzen. Wir schauen uns an, wie Tottenham spielte. Wallen und Carsten davor. Dann Jedlin, Jan Vertonghen, Wiljikovic und Danny Rose. Dann Dele Alli und Ryan Mason auf der Doppel 6. Dann Eric Lamella, Jean-Gofran, der ehemalige Magpies, Christian Eriksen und Harry Kane. Auf der Bank weiterhin sehr, sehr starke Verteidiger. Unter anderem wie Tobi Alderweirel. Das heißt, wenn man in Führung gehen sollte, konnte man hinten noch nachbessern. Bei Newcastle sah es ebenfalls sehr gut aus. Rob Elgit, der eigentliche Pokaltorwart, heute in der Liga zu Gast. Ballerina und auf der rechten Seite in der Mitte, ja, Pogba und Dembemba. Die einzige Änderung der Viererkette, Poggonioli. Davor Sissoko und Tioté und Ayossi Pérez. Das heißt, da zwei Änderungen, Shelby und natürlich auch der angeschlagene Wijnaldum raus. Und in der Sturmspitze spielt heute Niklas Bentner die rechte Seite. Ja, besetzt von Alex Oxlade-Chamberlain. Und auf der linken Seite spielte Andros Townsend. Es war alles bereitet für ein sehr interessantes Spiel. Townsend natürlich als ehemaliger, ja, Spur heute für eine ganz besondere Partie. Genauso aber natürlich auch für Joao Goufra, der halt ein ehemaliger Magpies war. Die beiden eigentlich Flügelspieler und das sollten sie heute unter Beweis stellen. Es ging gut los für die Spurs. Wir sind in der fünften Spielminute. Das ist Christian Eriksen, der Däne, der Spielmacher bei den Spurs. Setzt sich im 16er durch und der Abschluss geht knapp am Tor vorbei. Das ging trotzdem mal wieder viel zu einfach durch die Defensive der in heute blau-weiß gekleideten Männer aus dem Nordosten. Denken, dass es gab da einen Freistoß nach knapp 17 Minuten. Eine sehr gute Position. Ebenfalls wieder für Christian Eriksen, der Freistoße kann, wie aus seiner Westentasche. Flankt den aber in die Mitte und der Kopfball ist dann nicht so gefährlich von Harry Kane. Den kann Rob Elgert locker aufnehmen, der sich ja mittlerweile seinen Stammplatz verloren hat. Am Benoit Kostil, er lehrt den Konter ein. Das ist Sebastian Pocconioli, der verliert den Ball aber ganz dumm. Das ist Eric Lamella, der Argentinier auf der Außenbahn. De André Jadlin und sie spielen es hintenrum. Es sah nicht sonderlich gefährlich aus, was da passierte. Dann Schanzel im Bemba mit der Balleroberung. Und das sah dann doch wieder ganz gefährlich aus. Wie Jikovic rückt raus, was macht er denn da? Im Bemba frei vom Tor legt quer, da ist Cembalain. 1-0, 22. Minute Führungshalver für die McPice. Und ausgerechnet durch den ehemaligen Gunner, durch Alex Oxley, Cembalain. Der Mann vom FC Arsenal, eigentlich ganz, ganz schwach gespielt von dem Bemba. Viel zu weit nach vorne, da kommt Bentner nicht mehr ran. Aber dann ist er da und macht gegen seinen Ex-Rivalen das Tor. 1-0 also überraschend. In der Anfangsphase war die erste Offensivaktion. Der McPice. Und dann kam es wieder zurück vor den gegnerischen Kasten. Eine schöne Flanke, die über den Kasten faust muss. Die anschließende Ecke reingebracht von Erik Lamella, trickreicher Spieler, kann aber auch flanken. Das Ganze relativ simpel abgewehrt. Niklas Bendner, der andere Däne, auf Seiten der McPice, leitet den Konter ein, verliert den Ball. Erobert ihn sich aber nochmal zurück. Und dann geht die wilde Fahrt. Aber er geht nach vorne und der Ball in den Lauf, zumindest Versuch von Ayose Perez, kommt aber nicht mehr. Andanjo Agufra mit seiner ersten Aktion im gegnerischen 16er. Klasse Grätsche da, die das gegnerische Tor vereitelt für die McPice. Das war wunderbar gemacht von Florentin Pogba, der unter der Wochen auch so schlecht ausgesehen hatte. Beim 2-2-Ausgleichsreiber in der Nachspielzeit von der TSG 1899 Hoffenheim. Aber die Spurs gaben sie nicht auf, kamen weiter nach vorne. Jean Gaufra im 16er, er scheitert an der Defensive. Die McPice gerade gegen den Franzosen sehr, sehr aktiv und aufmerksam. Wollten natürlich nicht, dass er gegen seinen Ex-Freien trifft. Die anschließende Ecke von Christian Eriksen in die Mitte gebracht. Dele Alli kommt nicht ran, aber Rob Elliott ist da und verhindert hier den Gegentreffer. Leitet wieder schnell ein Konter, ein Bendner mit dem Ball auf Oxlade-Chamberlain. Und der ist schnell, hat gerade bereits das 1-0 gemacht und ist da unter Beweis gestellt. Der McPice setzt sich hier draußen durch gegen Ryan Mason, macht das klasse. Flanke in die Mitte, aber da kommt niemand mehr ran. Und im Endeffekt gibt es dafür einen Eckball, aus dem nichts wurde. 45 Minuten Nachspielzeit, Lamella mit dem Versuch, aber Rob Elliott ist da. Es war nicht sonderlich gefährlich, was die Spurs in der ersten Letze da vorne braten. Zweitens sah besser aus. Harry Kane, wieder eine klasse Barade von Rob Elliott. Der hat da Beweis gestellt, dass er nicht nur ein Ersatzkeeper ist, sondern auch als Stammkeeper sehr gut fungieren kann. Die McPice also im Glück. Und auf der anderen Seite mit der nächsten Chance, Armstrong, 2-0. 63. Minute, die Entscheidung, die Vorentscheidung an der White Hart Lane. Adam Armstrong gerade erst eingewechselt. Immer wenn er momentan spielt, ist er an dem Tor beteiligt und macht gute Leistungen. Und das zeigt er auch hier wieder. Klasse Antritt vom englischen Jung-Nationalspieler. Wunderbar geschickt worden. Und wenn man ihn so frei lässt auf seiner Außenbahn und sich Soko auch so viel Platz gibt und so einen einfachen Pass spielen lässt, dann ist der Abschluss nur noch Formsache. 2-0 also und jetzt brachen die Spurs ein bisschen ein. Niklas Bender, wunderbare Balleroberung, geht in den 16er hinein, macht das klasse, aber zieht vorbei. Es sollte noch nicht das 0-3 sein, aber jetzt kam von den Spursen nicht mehr viel. Erst nach 77 Minuten fingen sie sich wieder Ball auf Jan Vertongen, der da nicht rankommt, drop Elge mit dem Abwurf auf die linke Außenbahn. Da ist Matthew Lecky, der spielt den Ball nach vorne in die Spitze. Und zwar in den Lauf von Ayose Perez, der das da gut macht. Niklas Bender, weitergespielt auf Chayk Tioté, aber der Ivora verliert den Ball und somit wieder der Gegenangriff für die Spurs. Das ist Moussa Dembélé auf Jean Goufra, Harry Kane nochmal Dembélé und Vertongen immer noch mit vorne. Der belgische Innenverteidiger geht in den 16er, der Schuss abgewehrt von Rob Elge. Spitzer Winkel ist ihm egal. 1 zu 2 nur noch, 81. Minute. Der Innenverteidiger mit aufgerückt, stellt seine Torjägerqualität. Unser Beweis, 1 bei Ajax, ein unglaublich torgefährlicher Innenverteidiger und auch bei den Spurs schon nicht schlecht. Hier zeigt er das und macht den Anschlusstreffer. Auf der anderen Seite wieder der Versuch. Hier der Koffer von Yannick Westlager in den Jahren von Michael Worm. Es sah so aus, als ob die McPies gewinnen würden, aber dass es knapp werden würde. Bentner 90. Minute, er kommt nicht mehr ganz ran, aber von den Spurs kam nichts mehr. Es blieb ein 2 zu 1 durch zwei Tore. Von Adam Armstrong und Oxlade Chamberlain durch zwei Konter gewinnen die McPies und holen sich die Tabellenführung in der Premier League zurück. Die Spurs waren würdiger Gegner, haben aber einfach in ein paar Situationen verschlafen. Richtig gut nach vorne zu spielen, beziehungsweise strikt und effektiv nach vorne zu agieren. Und standen hinten einfach in einigen Situationen zu offen. Und eine klasse Mannschaft wie Newcastle kann das auch Ersatzgeschwächt in der Offensive natürlich ausnutzen und zeigt hier ihre Qualität. Bentner nicht erfolgreich, aber dafür die beiden Flügelspieler Adam Armstrong und Oxlade Chamberlain. 2-1 Auswärtserfolg an der Whitehand Lane für die Toons und für die McPies. Das ist doch wunderschön, denn so haben wir unsere Tabellenführung wieder zurückerobert. Das war zwar alles andere als souverän, gerade in der Schlussphase hatten sie nochmal eine Schockseile. Ja, durch eben Vertongen, der da irgendwie, ich weiß, also normalerweise darf er den niemals reinmachen, aber passiert nun mal. Und im Endeffekt ist es auch nicht so schlimm, denn wir haben ja das Spiel trotzdem gewonnen und sind immer noch an Tabellenplatz, beziehungsweise an Tabellenposition 1 in der Barclays Premier League. Das war's von dieser Episode, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Ja, darüber würde ich mich sehr freuen. Wir sind in der nächsten Episode wieder am Start und schauen mal, was da noch so geht. In der Euroleague natürlich, aber auch in der Premier League, denn wir wollen die Meisterschaft und ob wir die bekommen, das wird sich in den nächsten Wochen und Monaten manifestieren. Bis zum nächsten Mal, wunderschönen Tag noch. Ich hoffe, ihr könnt euer Sonntag noch genießen. Bis dann, haut rein und schau, dann haut rein und schau, dann haut rein.